Moin liebe Freunde der Elektromobilität und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Jens vom Kanal Move Electric und schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja und heute, da packen wir mal ein heißes Eisen an, beziehungsweise ein Thema, was eben die wenigsten YouTuber überhaupt irgendwie jemals thematisieren. Es geht nämlich heute um Elektrosmog, also Strahlung hier im Elektroauto. Elektromagnetische Strahlung, elektromagnetisches Feld. Ähm, ja, ich bekomme nämlich auch unter meinen Videos immer wieder diese blöden Kommentare. Ich werde mir doch nie ein Elektroauto kaufen, dann kann ich mich ja gleich in eine Mikrowelle setzen. Denn hier drin, da werden wir ja gegrillt und bekommen am Ende alle Krebs. Äh, ja, ihr könnt dazu sagen, was ihr wollt, aber diese Kommentare gibt es. Und es gibt nicht wenig Leute, die wirklich Angst davor haben, sich in ein Elektroauto zu setzen, weil sie Angst vor der elektromagnetischen Strahlung haben. Oder sagen wir überhaupt erst mal vor Strahlung. Diese Strahlungsangst ist ja wirklich sehr weit verbreitet und ich muss auch zugeben, sie ist natürlich nicht unbegründet. Auch ich tue natürlich alles, um meine persönliche Strahlenbelastung, sei es jetzt Röntgenstrahlung oder eben auch elektromagnetische Strahlung, so gering wie möglich zu halten. Also zum Beispiel Langstreckenflug. Ja, ihr wisst alle, was das für eine Strahlenbelastung bedeutet. Und wer eben wirklich jedes Jahr zwei, dreimal irgendwie über einen großen Teich fliegt oder sonst wohin, zehn Stunden im Flugzeug sitzt beim Langstreckenflug, der setzt sich einer Strahlungbelastung aus. Ja, dagegen ist das, was wir an Elektrosmog bei uns im Haus oder in der Umgebung haben, wirklich lächerlich. Und das machen wir wirklich alle freiwillig. Und darüber redet so gut wie keiner. Aber beim E-Auto ist es plötzlich ein Thema. Und bei diesem ganzen negativen Feedback, was wir gerade auch hier in Deutschland bezüglich E-Autos erleben und weswegen das E-Auto überall schlecht geschrieben wird und sich das in den Köpfen der Menschen eben auch festsetzt, da ist das Thema Strahlung in so einem Elektroauto natürlich auch ein Thema. Und das schauen wir uns heute mal an. Wie schlimm ist es wirklich? Ist es wirklich ein Problem? Und im Vergleich zum Verbrenner, wie sieht es da überhaupt aus? Also ich bin sehr gespannt, weil ich weiß selber noch nicht, wie das hier in unserem Tesla strahlungsmäßig überhaupt aussieht. Und das stellen wir heute fest. Ich habe mir hier hochprofessionelles Equipment zugelegt. Also ein EMF-Messgerät, elektromagnetisches Feld. Und ja, das wird mit Sicherheit ein spannendes Thema. Also unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store & Charge, euren Experten für Ladezubehör. Kleinen Augenblick noch, geht gleich los. Vorher noch ein kleiner Hinweis auf die TRG-Quote. Wenn ihr euch da nämlich noch nicht festgelegt habt, dann würde ich euch empfehlen, mal einen Blick auf Carbonify zu werfen. Carbonify kommt nämlich direkt aus unserer E-Auto-Community und die werben nicht mit irgendwelchen unrealistischen Euro-Versprechen, sondern haben ein ganz klares Dreier-Prämie-Modell und damit könnt ihr garantiert rechnen. Da ist die Express-Prämie, die steht für eine schnelle Überweisung. In wenigen Tagen habe ich für mein Auto gemacht innerhalb von einer Woche, da war das Geld auf meinem Konto. Da gibt es Klassik für eine Auszahlung nach der Zertifizierung der Prämie, also mit ein bisschen Wartezeit. Oder Bonus und da könnt ihr das Maximum rausholen. Dafür ist da die Wartezeit am längsten, weil nämlich die TRG-Quote erst im Laufe des Jahres zum optimalen Zeitpunkt vermarktet wird. Und dadurch holt ihr da den bestmöglichen Betrag raus. Schaut doch also unbedingt mal bei Carbonify rein und nutzt dazu den Link hier unten bei mir in der Videobeschreibung. Ich finde 4,9 von 5 Sternen bei der Kundenbewertung spricht schon für sich, würde ich sagen. Also wenn ihr mich fragt, TRG-Quote mache ich über Carbonify. Von elektrischen oder elektromagnetischen Feldern sind wir eigentlich ständig umgeben, Leute. Selbst unser eigener Körper erzeugt elektrische Felder. Bei allen künstlich erzeugten Feldern, da reden wir von Elektrosmog, also etwas Unerwünschtem, weil das natürlich potenziell gesundheitsschädlich sein kann. Die Stärke der elektromagnetischen Strahlung, die wird durch die sogenannte magnetische Flussdichte beschrieben. Und ihre Einheit ist Tesla, ja, passend zum Auto. Ein Tesla ist schon enorm viel. Also auf natürliche Weise kommen wir an so eine Flussdichte auf der Erde gar nicht ran. Dazu braucht man schon einen Teilchenbeschleuniger. Also wir messen hier eher sowas wie Mikrotesla, das entspricht einem Millionstel-Tesla. Und ein natürliches Magnetfeld, von dem wir alle permanent umgeben sind, ist zum Beispiel das Erdmagnetfeld. Und die Stärke des Erdmagnetfelds, die liegt so zwischen 25 Mikrotesla am Äquator und 70 Mikrotesla an den Polen. Also das ist schon ziemlich viel. Allerdings ist das Feld statisch und hat nämlich keine Frequenz, wie bei einer elektrischen Leitung zum Beispiel. Und wenn wir elektromagnetische Felder messen wollen, dann ist der Abstand zur Strahlungsquelle extrem wichtig. Denn je weiter wir uns von ihr entfernen, desto geringer sind die messbaren Feldstärken. Und zwar nehmen die mit dem Abstandsquadrat ab. Verdoppel ich also den Abstand, verringert sich die Feldstärke um das Vierfache und so weiter. In der Schweiz gibt es zum Beispiel exakte Messungen vom Elektrosmog um Hochspannungsleitungen. Man kann im Internet auf einer Karte sogar für jeden einzelnen Mast die Strahlungswerte auf die Entfernung bekommen. Bei 10 Meter Abstand, da liegt die elektromagnetische Strahlung bei 100 Mikrotesla, bei 50 Meter Entfernung nur noch bei 1 Mikrotesla. Also vor natürlich vorkommenden elektromagnetischen Feldern oder überhaupt Strahlung haben wir irgendwie keine Angst, denn sonst würden wir ja nicht ständig mit dem Flugzeug in großen Höhen fliegen. Denn da oben ist man der kosmischen Strahlung, die deutlich gefährlicher ist als ein elektrisches Feld, viel stärker ausgesetzt als hier auf dem Boden. Wenn Elektrosmog allerdings künstlich erzeugt wird, zum Beispiel durch elektrische Leitungen, Elektrogeräte oder Handys oder eben auch jetzt Elektroautos, dann sind die Leute manchmal geradezu panisch. Um euch gleich etwas zu beruhigen, die Energie von elektromagnetischen Feldern, die ist ziemlich gering. Und zwar so gering, dass sie zum Beispiel nicht in der Lage ist, unser Erbmaterial in den Zellen zu schädigen. Also ganz anders als zum Beispiel eben Röntgenstrahlung. Und da können wir uns so lange neben eine Steckdose stellen, wie wir wollen. Unsere Körperzellen bleiben davon unbeeindruckt. Also wenn wir hier von Strahlung reden, dann hat das nichts mit Röntgenstrahlung oder radioaktiver Strahlung zu tun. Das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Aber elektromagnetische Felder können trotzdem unseren Körper belasten, aber eben auf anderem Weg. Und deswegen sollte man die Strahlungshöhe auf jeden Fall, soweit es geht, reduzieren. Niederfrequente elektromagnetische Felder können zum Beispiel minimale Ströme in unserem Körper erzeugen. Und die können bei sensiblen Menschen durchaus Symptome wie Kopfschmerzen, Herzrasen oder auch Schlafstörungen oder sogar Übelkeit erzeugen. Und dann spricht man von elektromagnetischer Hypersensibilität. Etwa ein bis zwei Prozent der deutschen Bevölkerung, die bezeichnet sich selbst als elektrosensibel. Als Krankheit ist das bei uns übrigens nicht anerkannt. Aber in Schweden zum Beispiel, da ist es anerkannt. Hochfrequente elektromagnetische Felder, wie bei Handys, die sind da schon leichter zu spüren. Die können nämlich unser Körpergewebe erwärmen. Deswegen wird euer Ohr zum Beispiel auch warm, wenn ihr lange das Handy ans Ohr haltet. Für alle diese Strahlung, da gibt es übrigens festgelegte Grenzwerte für eine Dauerbelastung, die laut dem Stand der Wissenschaft für Menschen ungefährlich sind. Für den niederfrequenten Bereich, also elektrische Leitungen, Elektromotoren oder Batterien, da gibt es einen Grenzwert von ungefähr 100 Mikrotesla. Also Dauerbelastung. Bei hochfrequenten Strahlern, da ist der Grenzwert niedriger, also so um die 85, 80 Mikrotesla und je höher die Frequenz, desto niedriger der Grenzwert. So, und nun wird es spannend, denn jetzt kommen wir mal zur Elektromobilität. Im E-Auto, da gibt es logischerweise ebenfalls elektrische und magnetische Felder. Und die umgeben zum Beispiel die Batterie, den Motor und die Hochvoltkabel. Und es ist jetzt aber nicht so, als ob das noch nie jemand gemessen hätte, denn um überhaupt eine Zulassung in Europa zu bekommen für so ein Auto, da müssen natürlich auch Autos alle Grenzwerte einhalten. Und Grenzwerte sind das eine, aber tatsächlich gemessene Werte das andere. Und jeder Mensch hat ja wahrscheinlich für sich ein Gefühl, wie viel Elektrosmog er sich aussetzen will. Oder wie vorhin erwähnt, können manche elektrosensible Menschen sogar körperlich darauf reagieren. Und das messen wir jetzt gleich mal selber, denn ich habe mir hier ein Messgerät gekauft, ein EMV-Meter. Das ist hochteure Technik, also nicht. Das ist natürlich ein normales, handelsübliches Messgerät. Es gibt auch hochwissenschaftliche Geräte, die kosten dann eher tausende Euro. Das hier ist jetzt günstig. Und damit kann man im Nahbereich die Felder sehr gut messen. Im Fernbereich natürlich nicht so, aber dafür kann man auf jeden Fall, damit kann man auf jeden Fall ein Gefühl dafür bekommen. Und die Werte hier in so einem Auto sind natürlich je nach Betriebszustand des Autos unterschiedlich im Stand oder während der Fahrt. Da denkt man jetzt, da müsste man doch andere Felder messen oder andere Feldstärken als zum Beispiel auch beim Laden. Und die stärksten Felder in so einem Auto, die befinden sich meistens vorne oder je nachdem hinten, je nachdem wo der Motor sitzt. Und je nach Bauart kann es auch vorkommen, dass eben die höchsten Werte hinten gemessen werden, wenn also ein Heckmotor da ist oder so. Zumindest theoretisch. Und da sitzen natürlich oft auch eure Kits. Und da ist die Frage, wie hoch sind die Werte und will man das überhaupt? Und gerade auch beim Laden, das wird dann spannend, das stellen wir gleich fest. Wie ist es denn mit den ganzen Hochvoltkabeln? Wie wirkt sich das aus? Ja, und jetzt gehen wir mal an die Messung. Aber bevor wir das jetzt hier im Auto messen, brauchen wir natürlich irgendwie eine Vergleichsgröße von Geräten oder Situationen, mit denen wir uns natürlich täglich umgeben. Also wie ist das denn zum Beispiel mit so einem Induktionsherd? Was messen wir denn da? Oder bei einem laufenden Fernseher? Oder wie ist das mit dem Handy, wenn ich das Handy einfach nur einschalte oder wenn ich damit telefoniere? Oder wenn ich zum Beispiel AirPods im Ohr habe, wie hoch sind da die Strahlungswerte? Und natürlich last but not least ein WLAN-Router. Also wie ist das bei meiner Fritzbox? Wie hoch sind da direkt in der Nähe die Strahlungswerte? Das, was wir messen, das ist alles Mikro-Tesla, wie gesagt. Manchmal wird auch Milligauss genommen und das ist sozusagen die elektrische Flussdichte. Dann gibt es noch die elektrische Feldstärke. Die wird dann in Volt pro Meter gemessen. Das ist also quasi wie so ein Druck auf dem Wasserschlauch, der aber noch nicht aufgeschraubt wurde oder wo das Ventil noch nicht geöffnet wurde. Aber trotzdem ist da Druck drauf und das ist sozusagen die Einheit Volt pro Meter und die kann man messen. Und wir haben hier zum Beispiel mal ein ganz krasses Beispiel, nämlich eine Hochspannungsleitung. Da stehe ich jetzt drunter. Ich würde mal sagen, ich bin jetzt hier von der Höhe her in 10 Meter Entfernung. Und hier haben wir doch zwar keine Flussdichte, die wir messen können. Also Mikro-Tesla zeigt mir gar nichts an, aber ich messe hier doch einen ziemlich hohen Wert an Volt pro Meter, also der Feldstärke. Und interessanterweise ist diese Feldstärke, die ich bei der Hochspannungsleitung in 10 Meter Abstand messe, ähnlich hoch wie die Feldstärke, die ich messe an einem eingeschalteten Flat-Screen-TV. Also ein OLED-Display quasi, 55 Zoll Fernseher, da ist diese Feldstärke ja auch fast genauso hoch wie bei der Hochspannungsleitung. Wohlgemerkt natürlich nur in wenigen Zentimeter Abstand. Das heißt, je weiter weg ich gehe, also beim halben Meter Abstand, ist schon wieder mit diesem Messgerät hier nichts davon zu messen. Gut, und jetzt wird es mal spannend. Jetzt schalten wir das Gerät mal ein. Ich stelle die Einheit auf Mikro-Tesla und jetzt gehe ich mal hier im Auto irgendwo mal an die Mittelkonsole und im Bereich Mikro-Tesla... Oh, jetzt habe ich hier einen Ausschlag kurz gehabt und es piept auch. Das ist hier bei der Ladeschale. Da scheint ein Pulsen vorzuliegen. Ja, alle zwei, drei Sekunden pulst diese Ladeschale irgendwie eine elektromagnetische Strahlung, nämlich bis zu neun Mikro-Tesla. Ja, jetzt hatte ich sogar 14 kurz gehabt, alle paar Sekunden. Ja, das sind die Ladeschalen hier für die Handys. Faszinierend. Und offensichtlich gehen die immer kurz an und aus, alle zwei Sekunden. Und dadurch habe ich natürlich hier in der Nähe der Ladeschalen eine gewisse Strahlung. Wenn ich jetzt damit weggehe, ungefähr so 30 Zentimeter, ist schon wieder nichts zu messen. Und wenn ich jetzt mein Handy drauflege, ich mache mal das Gepiepe aus hier, so, dann habe ich direkt in der Nähe des Handys eine permanente Strahlenbelastung von 15 Mikro-Tesla. Ja, die Ladeschale eures Handys hier im Auto, zumindest hier bei uns im Tesla Model Y, ist zumindest eine gewisse Strahlungsquelle. Das Display selber kann man vernachlässigen. 0,3 bis 0. Also da scheint wenig vorzuliegen. Was haben wir denn hier? Ich mache mal die Lenkradheizung ein. Minimal 0,03. Es schwankt zwischen 0,03 und 0. Mache ich mal wieder aus, ist ja auch Sommer. Sitzheizung ist noch interessant. Volle Power. Messe ich hier irgendwas auf dem Sitz. 0,0. 0,0. Also Sitzheizung sind zwar Wärmeschlangen, aber die scheinen zumindest, was die Strahlung angeht, zumindest in Mikro-Tesla keine Auswirkung zu haben. Ich kann mal Volt pro Meter einschalten als Einheit. Auch 0,0. Okay, jetzt wird es mir schon wieder hier zu warm. Also Sitzheizung strahlungsmäßig mit so einem Messgerät nicht messbar. Jenseits der Nachweisgrenze. Was haben wir noch? Hier beim Fahrer ist wie gesagt 0 Strahlung zu messen im Stand. Der Wagen ist ja wie gesagt eingeschaltet. Also nicht, dass ihr denkt, dass der Wagen aus ist. Nein, Tesla ist ja quasi immer ein, sobald man sich hinsetzt. Hier unten. Ich bin nicht angeschnallt. Boah, der Sitz ist jetzt aber heiß. Kurz die Sitzheizung angehabt. So, was haben wir noch für Strahlungsquellen? Hier 0, also hier ist wirklich nichts, nichts messbar an Strahlung. Und ja, das ist der Zustand im Stand. Und jetzt ist die Frage, ob es während der Fahrt irgendwie messbare Unterschiede gibt. So, und jetzt fahren wir mal eine Runde. Wir haben hier vorne am Display 0,06. Das kommt aber wahrscheinlich vom Handyladen, weil hier laden gerade zwei Handys. Und wenn ich da hingehe, ist es wieder bei 9. 9 Mikrotesla. Hier am Lenkrad. 0,0. Fußraum. Ja, da sind dann vier, weil das von den ladenden Handys hier runter strahlt. So, jetzt fahren wir eine Runde und sitzen hinten, um das mal zu messen. Weil hinten ist ja der Motor. Ich habe ja das Model Y mit Heckantrieb. Also ich bin jetzt hier auf dem Rücksitz und direkt auf dem Sitz ist 0,0. Rücksitzlehne 0,0. So, hier auf dem rechten Rücksitz, da ist 0,1 scheinbar. Interessanterweise ist das auf meiner Seite nicht. Da ist es nicht. Hier auch nicht. Das ist also direkt an der Rückenlehne. Hier oben. Kopfstütze. 0,0. Fußraum. Nichts zu messen. Nichts. Hier ist auch was zu messen. 0,5. Direkt beim Sicherheitsgurt. Das ist jetzt auf der Höhe des Rückens. 0,1. 0,1. Also das sind die Werte während der Fahrt. Auf den Rücksitzen da ist ein bisschen was zu messen. So, die Frage ist jetzt, wie reagiert das Ganze, wenn wir den Wagen aufladen? Also ich habe hier meine Warbox 11 kW. Schließe ich den Wagen jetzt an. Sollen wir mal gucken, was direkt am Ladeanschluss zu messen ist. Ja. 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Mikro-Tesla. Das ist aber direkt dran. In 20 Zentimeter Entfernung ist schon wieder 0. Jetzt gucken wir uns mal die Rücksitze an. Da irgendwas zu messen ist. Ja, hier ist ein bisschen was. 0,3. Direkt auf dem Sitz. Hier in der Kopfstütze. 0,0. Fußraum. 0,0. Hier hinten. 0,08. 0,26 Mikro-Tesla können wir hier hinten messen auf dem linken Rücksitz, wenn wir 11 kW AC laden. Jetzt ist die spannende Frage, wie werden sich die Werte verändern, wenn ich DC schnell lade? Und das testen wir jetzt aus. Okay, jetzt sind wir hier beim nächsten Schnelllader. Das ist bei uns hier bei einem Edeka um die Ecke. Und da werden wir uns mal eben anschließen. Jetzt ist hier grün. Jetzt fangen wir an zu messen. 2,8 ist das Maximum. 2,9. 3. Ah, er fährt so langsam hoch. 3,2. Direkt auf dem Rücksitz haben wir wieder 0,1. Hier direkt unterm Sitz, da haben wir tatsächlich eine hohe Rate. 5,0. Auf dem Boden ist wieder 0,0. Und hier direkt auf dem Sitz ist nichts zu messen. An der Rücklehne ist ein bisschen was zu messen. 0,1 Mikro-Tesla. 0,3 beim Sicherheitsgurt. Ja, also das ist doch auch relativ gering. Ist vorne irgendwas zu messen? Gucken wir mal nach. Direkt beim Sitz 0,1. Aber auch schon wieder weg. Direkt auf dem Sitz nichts. Fußraum. 0,28. 0,3. 0,2. Und hier ist wieder nichts. Also direkt in der Nähe der Batterie. Ganz in unmittelbarer Nähe die ersten 10 cm. Da ist ein bisschen was zu messen. So, und damit wir nicht nur einen Tesla messen, bin ich jetzt hier noch bei Tobi. Moin. Moin. Tobi hat einen Cupra Born. Welcher Akku ist das? Der große oder der kleine? Der kleine, der 58er. 58er Akku. Okay, und hier messen wir das auch mal. Also das normale Infotainment-System. Dann messen wir erst mal das hier. Da haben wir erst mal so gut wie nichts. Der Wagen ist an. Wie sieht das hier im Fußraum aus? 0,2 Mikro Tesla. 0,3. Hier oben ist ein bisschen mehr. 0,5 permanent. 0,6. Wie ist das so ein Beifahrerfußraum? 0,3. Jetzt wird es interessant. Wir haben ja auch eine induktive Ladeschale. Die ist hier. Also wenn da kein Handy drin liegt, ist da nichts. Wirklich gar nichts. 0,1. Ja, ein bisschen. Oh, was war das? Sie pulst auch manchmal. Das war ja richtig ein riesiger Peak. Das ist genau wie beim Tesla, nur irgendwie anders, langsamer. Dass die Ladeschale scheinbar ab und zu einen Impuls abgibt. Und wie sieht es da aus? Dann fängt er an, hoch zu pushen. Handy lädt. 6 kurzzeitig. Und jetzt hat es aufgehört zu laden. Ja, Tobi hat nämlich erzählt, dass diese Ladeschale gerade mit iPhones zwar anfängt zu laden, aber dann schlagartig aufhört und im Prinzip nutzlos ist. Ja, danke VW. Und hier steht, das mobile Gerät kann gerade nicht geladen werden. Ja, schade eigentlich. Aber wir sehen hier im Cupra Born sind die Flussdichten vom magnetischen Feld auch nicht besonders hoch. Am höchsten sind sie eigentlich bei der Ladeschale, wenn sie funktionieren würde. Und hier im Fußraum, da ist ein bisschen was. Aber beim Infotainment-System ist eigentlich auch nichts. Das war aber so im Stand. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es aussieht, wenn der Wagen fährt. Und dazu drehen wir nochmal eine Runde. So, jetzt drehen wir eine Runde und wollen mal gucken, wie es jetzt aussieht. Also hier im Innenraum während der Fahrt eigentlich kein großer Unterschied. Wir haben hier diese 0,3 Mikro-Tesla, die wir schon im Stand hatten. Mittelkonsole beim Fahrer selbst 0,0. Infotainment-System strahlt jetzt auch nicht großartig. Fußraum auch wieder 0,3. Und hier ist es auch schon wieder weg. Also auch während der Fahrt, Leute, gibt es hier keine signifikante Erhöhung der elektromagnetischen Strahlung. Also man kann sagen, ob der Wagen steht oder fährt, macht keinen großen Unterschied. Zumindest nicht hier im Innenraum. Jetzt müsste man nochmal den hinteren Rückraum testen. Da setze ich mich gleich mal auf die Rückbank. Ja, also hier im Rückraum ist gar nichts. 0,0. 0,0 auch am Boden. So, aber die ganzen Werte, die wir jetzt gemessen haben, die haben ja eigentlich keinen Wert, wenn wir das nicht mal mit einem Verbrenner vergleichen. Und ich habe hier so einen typischen Verbrenner VW Passat, Baujahr 2018. Davon fahren Tausende in Deutschland rum, wenn nicht sogar Zehntausende. Und jetzt schauen wir nochmal, wie es hier aussieht. Der Wagen ist jetzt noch aus. Den kann man ja tatsächlich ausschalten, also so richtig aus. Und da haben wir tatsächlich nichts. Zumindest nicht im Fußraum. Hier ist ein bisschen was. 0,1 Mikrotesla. Obwohl der Wagen aus ist, das wundert mich jetzt. Fußraum haben wir das hier auch. Hier ist nichts. Und jetzt machen wir den Wagen mal an. Weil der Wagen läuft. 0,25. Und hier weiter runter wird es immer mehr. Hier haben wir 1,4. Je weiter runter ich gehe, desto mehr wird es. Wie ist das auf der Beifahrerseite? Auch 1,5 im Fußraum. 1,3. Wie ist das auf dem Sitz? 0,2. Auf meinem Sitz. 0,1. 0,2 knapp. 0,2. Mittelkonsole. 0,1. Okay Leute, das waren jetzt die Werte nur mit laufendem Motor. Und zwar sind die permanent vorhanden. Und jetzt fahren wir mit dem Passat auch noch mal eine ganz kurze Runde. Und gucken mal, wie sich das dann verhält, wenn wir auf der Straße sind. So, wir fahren jetzt eine Runde Passat Diesel. Und in der Höhe der Mittelkonsole haben wir jetzt 0,3 Mikrotesla. Beifahrersitz. 0,3 Fußraum. Ja, 1,5. Also permanente Strahlung. Infotainment System. Ja, so gut wie nichts. Haben wir hier noch was im Fußraum. Auch 1. So, Brusthöhe haben wir jetzt 0. Aber Sitz. 0. 0,4. Nochmal Mittelkonsole. 0,2. Rücksitz ist 0. Fußraum. Auch so gut wie 0. So, Leute, was sagen uns denn jetzt diese ganzen Messungen? Ich blende euch hier nochmal eine Tabelle ein von den verschiedenen Geräten oder Situationen, was ich da alles so gemessen habe. Also Fakt ist natürlich, je näher man an einem Gerät dran ist, sei es Handy, sei es Induktionsherd, sei es Autobatterie, sei es Ladeanschluss, desto höher ist da natürlich die Strahlenbelastung, die elektromagnetische Strahlenbelastung. Allerdings, je weiter man weg geht und da reichen schon 30 Zentimeter, dann wird das irgendwie auch vernachlässigbar. Ich muss dazu sagen, dieses hochgenaue wissenschaftliche Messgerät aus China ist natürlich nicht das Maß der Dinge. Da gibt es natürlich andere Geräte, die liegen mir natürlich bloß nicht vor. Die kosten ein paar tausend Euro. Da kann man natürlich noch viel geringere Strahlungen mit messen. Aber eben das Wort ist geringer. Und dieses Gerät zeigt natürlich an, wenn größere Strahlungsquellen in der Nähe sind. Und hier beim Menschen, beim menschlichen Körper, kommt im Normalfall halt dann doch so wenig Strahlung an, dass hier Null angezeigt wird und dass die Feldstärken dann doch so gering sind, dass man es im Normalfall eigentlich vernachlässigen kann. Wohlgemerkt im Normalfall. Und ich will das auch überhaupt nicht verharmlosen. Es gibt eben auch wirklich elektrosensible Menschen, hatte ich ja eingangs schon erwähnt, bei denen das dann doch sehr wohl eine Rolle spielt, selbst wenn sie mit diesem Messgerät gar nicht mehr angezeigt werden. Und es gibt auch Leute, die schalten ihr WLAN nachts aus. Ja, und es gibt eben Leute, die legen ihr Handy direkt neben das Kopfkissen. Also so ist der Unterschied. Und was ich sehr interessant fand, ist, dass die Strahlenbelastung, die elektromagnetische Strahlenbelastung hier im Tesla sowie im Born fast um den Faktor 10 geringer ist als in einem Passat Diesel. Also dort ist man während der Fahrt permanent, zumindest bis zur Sitzfläche, einer Belastung von über ein Mikro-Tesla ausgesetzt. Und das habe ich ja nicht mal hinten auf dem Rücksitz beim Tesla, während ich schnell lade oder zumindest nur an ganz, ganz kleinen Stellen hinten an der Rücklehne. Wenn dann Leute behaupten, beim Elektroauto, da wirst du gegrillt und wirst da quasi in der Mikrowelle quasi geröstet und kriegst dann Krebs und überhaupt und wir werden alle sterben. Leute, das ist wieder so ein Mythos der Elektromobilität, der im Prinzip jetzt hierdurch auch entkräftet werden kann. Im Elektroauto ist die Strahlenbelastung mitnichten höher als in einem Verbrenner. Im Gegenteil, sie ist tendenziell sogar eher geringer. Und auch beim Laden hinten, gut, ich war jetzt nicht am Supercharger mit den ganz hohen Ladeleistungen, aber am 50 kW Lader ist auch das Hintensitzen, während man lädt, noch relativ vernachlässigbar, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz ist meine Empfehlung immer, die persönliche Belastung auch an elektromagnetischen Strahlen so gering wie möglich zu halten. Und wenn ihr am Supercharger steht, ja, gerade auch hinten für die Kinder, die müssen da nicht 20 Minuten lang sitzen bleiben. Da würde ich euch schon mal empfehlen, vertretet euch doch mal die Beine. Es ist sowieso gesünder, mal an die frische Luft zu gehen und vielleicht kommen sie da mal auch vom Handy los. Ja, also das fand ich einen sehr, sehr spannenden Test. War natürlich mit meinen Amateurmitteln nur durchgeführt. Ich kann euch nur raten, vielleicht könnt ihr das auch mal selber messen. So ein Messgerät gibt es schon für 15 Euro. Das hat jetzt ein bisschen mehr gekostet, aber egal. Und das reicht ja schon aus, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seht mit der Strahlenbelastung. Also ob ihr euch da eher als sensible Menschen betrachtet, ob ihr darauf achtet oder ob euch das wirklich alles scheißegal ist, weil ihr denkt, das bisschen, das macht überhaupt nichts aus. Ich bin, glaube ich, so in der Mitte, weil ich versuche schon, meine Belastung so gering wie möglich zu halten und habe mir natürlich auch beim Elektroauto auch schon öfter Gedanken darüber gemacht, wie hier so die Strahlenbelastung eigentlich ist. Jetzt kann ich auch noch beruhigter schlafen als sowieso schon. Und ja, also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und gebt mir gerne einen Daumen nach oben und lasst mir ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.